Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Bundeswehr muss so schnell wie möglich kriegstüchtig werden. Eine wichtige Stellschraube ist da das Personal. Um 20.000 Soldatinnen und Soldaten soll die Bundeswehr in den nächsten Jahren anwachsen. Wie kann das funktionieren? Kann es helfen, zum Beispiel Leute einzustellen, die keinen deutschen Pass haben? Über diese und andere Fragen möchte ich heute mit der Vizepräsidentin des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr sprechen, Generalstabsarzt Dr. Nicole Schilling. Guten Tag, Frau Generalarzt. Guten Tag, Herr Hauptmann. Sie sind die erste Soldatin in der Dienstgradgruppe der Generale und Admirale, mit denen ich sprechen darf. Wie viele gibt es denn da überhaupt? Wir sind drei Frauen zurzeit, alles drei sind Ärztinnen. Es gibt ja aber ungefähr 200 Generale und Admirale in der Bundeswehr und nur drei Frauen. Warum so wenige? Das hat vor allem etwas damit zu tun, dass der grundsätzliche Dienst in den Streitkräften für Soldaten ja erst 2001 geöffnet wurde. Und man tatsächlich, um General oder Admiral zu werden, 30 bis 35 Dienstjahre Erfahrung und Aufgabenwahrnehmung gemacht haben muss, um halt in diese hohe Verantwortungsebene aufzusteigen. Und deswegen wird es bei den meisten Frauen in dieser Bundeswehr noch ein bisschen dauern. Aber wir sind da momentan unterwegs, die Voraussetzungen dafür zumindest zu schaffen. Wir sprechen später auch nochmal über Frauen in der Bundeswehr. Zunächst einmal zum Personalamt. Das hat ja diesen etwas längeren Namen, offiziell Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Was passiert denn da eigentlich? Was macht das Amt alles? Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich das, woran man ganz klassisch denkt, wenn man Personalmanagement hört. Das heißt, wir machen das Personalmanagement, die Personalentwicklung für fast alle Beschäftigten der Bundeswehr, egal ob es Soldatinnen und Soldaten sind oder Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschäftigte. Wir sind darüber hinaus zuständig für die komplette Personalgewinnung. Also auch die Interessierten, die Bewerbenden, die irgendwann mal zu uns kommen wollen. Und wir sind auch zuständig für die Reservisten. Das heißt, diejenigen, die mal Dienst in der Bundeswehr geleistet haben, jetzt als Reservist entweder tatsächlich mehr oder weniger regelmäßig üben noch oder eben vielleicht auch seit Jahrzehnten gar nichts mehr mit der Bundeswehr zu tun hatten. Und das ist jetzt immer noch ein Ausschnitt, aber dabei möchte ich es jetzt hier heute belassen. Sie sind Vizepräsidentin des Personalamts, aber eigentlich ja Ärztin. Wie kommt es denn zu dieser Entwicklung? Das war eigentlich Zufall. 2005 bin ich einmal ins Personalmanagement abgebogen. Ich war damals zuständig für unsere Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter, also diejenigen, die medizinische Studiengänge studieren, Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie und auch Veterinärmedizin. Und dann bin ich letztlich im Thema hängen geblieben und dann wurde es immer breiter. Am Anfang habe ich mich eben nur um die sanitätsdienstlichen Laufbahnen gekümmert und inzwischen trage ich Verantwortung für nahezu jedes Thema in dem Gebiet. Wir möchten im Schwerpunkt heute darüber sprechen, wie die Bundeswehr aufwachsen kann und was da gut klappt, was weniger gut klappt. Aber zuerst mal müssen wir, sage ich mal, die Zuschauenden abholen, wo wir überhaupt stehen. Wie viele Frauen, Männer, Soldatinnen, Soldaten arbeiten denn heute in der Bundeswehr? Ja, also momentan hat die Bundeswehr insgesamt etwa 260.000 Beschäftigte. Das sind 181.000 Soldatinnen und Soldaten und etwa 80.000 Zivilbeschäftigte. Das sind auch sowohl Beamtinnen und Beamten als auch Tarifbeschäftigte, also rechtlich gesehen Arbeitnehmer. Dann haben wir außerdem noch Auszubildende und auch Personal in unseren Kooperationsgesellschaften, also der Gesellschaft, die unsere Fahrzeuge betreibt und unsere IT betreut. Auch für die sind wir mit zuständig. Wenn die Menschen an die Bundeswehr denken, denken sie ja vor allem immer erst mal an Uniformträger, an Soldatinnen und Soldaten. Jetzt haben sie gesagt 80.000 Zivilistinnen und Zivilisten. Das ist ja doch eine ganze Menge. Was machen die denn eigentlich alles so? Ja, wir haben sehr viele Zivilbeschäftigte natürlich in den Bereichen der Bundeswehr, die zur klassischen Wehrverwaltung gehören. Also das sind die Bereiche, die sich um Beschaffung kümmern, um Infrastruktur und Dienstleistung kümmern und eben auch bei uns im Personalmanagement. Aber ein Großteil des Zivilpersonals ist tatsächlich auch in den Streitkräften selber als Zivilbeschäftigte. Denken wir zum Beispiel an die Luftwaffe. Wenn wir dort das technische Personal sehen, da sind nicht alle uniformiert, sondern wir haben auch relativ viele Warte, die sich um die Flugzeuge kümmern, die eben Zivilbeschäftigte sind. Bei uns in der Redaktion der Bundeswehr arbeiten auch allerhand Zivilisten, vom Fotografen bis zum Redakteur. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge an zivilen Jobs. Blicken wir doch aber trotzdem erstmal nochmal vor allem auf die Soldaten und Soldaten. Da ist ja die Zahl im Raum 203.000. Auf diese Zahl von Soldaten und Soldaten soll die Bundeswehr anwachsen in den nächsten Jahren. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen oder uns in der Zeitung das lesen, dann sieht es ja gerade nicht so gut aus. Also wir wachsen nicht so an, wie wir das eigentlich vorhatten. Woran liegt das? Das hat verschiedene Ursachen. Man muss dazu wissen, dass die Bundeswehr, vor allem natürlich die Streitkräfte, im Wesentlichen aus sogenannten Zeitsoldaten bestehen. Also Menschen, die eben nicht ihr gesamtes Berufsleben bei der Bundeswehr verbringen, sondern sich für eine bestimmte Zeit verpflichten. Das geht los bei sieben Monaten und endet bei 25 Jahren. Und in dieser Zeitspanne bewegen sich die meisten so um und bei, naja, bis zu zehn Jahren, die sie Soldatinnen und Soldat sind. Das heißt aber eben auch, dass wir ganz, ganz viele Menschen jedes Jahr wieder auf den Arbeitsmarkt entlassen, in der Summe etwa 20.000. Und um genauso viel zu bleiben, wie wir jetzt sind, müssen wir also auch jedes Jahr 20.000 wieder einstellen. Und das hat jahrzehntelang gut funktioniert, funktioniert aber eben ehrlicherweise in der aktuellen Arbeitsmarktsituation zunehmend schlechter. Denn die Babyboomer-Generation auf dem zivilen Arbeitsmarkt scheidet jetzt aus dem Berufsleben aus. Und dadurch ist quasi der Arbeitskräftebedarf auf dem zivilen Arbeitsmarkt sehr, sehr groß. Und jeder junge Mensch oder auch ältere Mensch, der etwas sucht, der findet ganz viele Möglichkeiten. Und um auf die Idee zu kommen, Soldat zu werden, braucht es dann halt eine ganze Menge. Deswegen sind wir schon sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in den letzten fünf Jahren, wenn man jetzt mal das zusammenfasst, über 100.000 Menschen für den Dienst in der Bundeswehr militärisch und zivil gewinnen zu können. Und ich glaube, das macht schon deutlich, dass das gar nicht so schlecht ist. Und wir deswegen, glaube ich, auch ein attraktiver Arbeitgeber sind. Aber es reicht halt momentan nicht, um zu wachsen. Und da müssen wir natürlich versuchen, noch mehr Menschen anzusprechen. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen auch intern noch ein paar Hausaufgaben machen. Und unsere, ja, ich sage jetzt mal, Kriterien, nach denen wir einstellen, noch mal überprüfen. Oder auch, ja, spezifische Forderungen, die wir an bestimmte Menschen stellen, da auch noch mal auf den Prüfstand zu stellen, ob das geboten ist. Diese Anforderungen auf diese Kriterien, die zur Einstellung führen, eben oder eben nicht, darüber reden wir später noch mal drüber. Jetzt würde ich noch mal schauen, über welche Stellen sie besetzen können und welche nicht. Welche Bereiche gibt es denn da, die, sage ich mal, am meisten Kopfzerbrechen führen? Wenn wir jetzt bei den Streitkräften bleiben, dann können wir ja grundsätzlich drei Laufbahnen unterscheiden. Das sind einmal die Offiziere, das sind unsere Spitzenführungskräfte, die wir auch grundsätzlich akademisch ausbilden, also sprich studieren lassen. Das klappt eigentlich gut, auch über die letzten Jahre. Und auf der anderen Seite der Qualifizierungsspannweite befinden sich die Mannschaftssoldaten. Die brauchen keine zivilberufliche Qualifizierung. Auch dort sind wir eigentlich immer noch sehr erfolgreich und erfolgreich genug, um die Bedarfe zu decken. Die große Herausforderung ist, wenn man so möchte, der Mittelbau. Das sind die Unteroffizierlaufbahnen, Feldwibbel und Unteroffiziere. Das sind Menschen, die bei uns vorgesetzten Aufgaben schon wahrnehmen, Gruppen führen, teilweise Züge führen, also Gruppen von 15, 20 Leuten bis hin zu 50 Menschen, Verantwortung für die übernehmen, die dann häufig Fachtätigkeiten wahrnehmen, für die sie auch eine zivilberufliche Ausbildung brauchen, also so Stichwort Ausbildungsberuf bis hin zur Meisterebene. Und das ist natürlich der Bereich, der auch auf dem zivilen Arbeitsmarkt am stärksten umkämpft ist, der sogenannte Fachkräftemangel. Und da tun wir uns immer dann, wenn wir hohe fachliche Qualifikationen brauchen, also IT-Personal, technisches Personal, tun wir uns genauso schwer wie andere Arbeitgeber auch. Was gut funktioniert, vielleicht den Satz noch am Schluss, ist, dass alle denken, die an Soldaten denken, was denen als erstes einfällt. Also der Fallschirmjäger oder auch der Panzergrenadier oder der Gebirgsjäger. Das sind Bereiche, in denen wir tatsächlich es relativ leicht haben, Personal zu finden. Das ist mehr die Beispiele, ich habe vorhin schon gesagt, der IT-Spezialist, der auch um die Ecke bei jedem Arbeitgeber anfangen könnte, wo wir es schwerer haben. Ich würde noch mal gerne auf die Zeit zurückkommen. 20.000 Menschen müssen wir jedes Jahr einstellen, alleine um die Zeit zu halten. Und die müssen wir also erhöhen. Was tun Sie denn? Was sind denn Instrumente, die Sie jetzt abrufen, die Sie jetzt einführen, um die Zahlen noch zu erhöhen, dass die Bundeswehr aufwachsen kann? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, habe ich vorhin schon gesagt, mehr Menschen ansprechen. Also tatsächlich interessieren für militärische Laufbahnen. Dadurch, dass wir mehr Werbung machen, dadurch, dass wir mehr Truppenpraktika anbieten. Es ist ganz wichtig, dass man jungen Menschen einen authentischen Eindruck davon vermittelt, was denn jetzt der jeweilige Soldatenberuf tatsächlich bedeutet. Das heißt, wir machen jetzt auch mit den Streitkräften, mit den Bataillonen, mit den Regimentern Veranstaltungen bei denen vor Ort, wo wir dann eben Interessierte einladen und versuchen, für den Dienst zu gewinnen. Das ist die eine Sache. Dann gehen wir natürlich noch mal unsere Auswahlverfahren an und überprüfen halt tatsächlich, wenn wir Anforderungen, Anforderungskataloge an Merkmalen sehen, ob das gesundheitliche Themen sind. Der berühmte Knickseng-Spreizfuß, mit dem man ganz viele Dinge in der Bundeswehr nicht machen konnte über Jahre oder vielleicht eben Probleme mit dem Rücken. Genauso wie Ergebnisse aus Testverfahren oder Kriterien mit Teamfähigkeit, die da eine Rolle spielen. Und vor allem aber auch Verknüpfungen mit zivilen Berufsbildern, wo wir sagen, das hinterfragen wir noch mal, ob das jetzt so auch schlüssig ist. Also hat das, was der Mensch hinterher als Soldat tut, tatsächlich auch was mit der Ausbildung zu tun. Wir wollen flexibler werden mit den Einstellungsterminen, also dort mehr möglich machen, vielleicht auch jenseits der klassischen Grundausbildung. Und aus diesem Maßnahmensatz erhoffen wir uns gemeinsam, dass wir es dann schaffen, wieder zu wachsen. Thema Geschwindigkeit finde ich ganz interessant. Wenn ich jetzt heute, angenommen, ich wäre jetzt ein junger Mensch, würde mich heute interessieren, für die Laufbahn der Unteroffiziere. Und ich versuche heute, ein Bewerbungsgespräch zu vereinbaren. Wie schnell kann es denn dann klappen, in der Bundeswehr anzufangen? Also wir sind inzwischen so weit, dass wir ein Beratungsgespräch oder auch ein Auswahlverfahren zum Wunschtermin anbieten können. Und da muss jetzt keiner mehr länger als eine Woche oder zwei drauf warten. Viele junge Menschen wollen allerdings länger warten, weil die sich auch inhaltlich auf ein Auswahlverfahren vorbereiten wollen. Das ist ja auch völlig legitim. Keiner geht gerne unvorbereitet in eine Prüfung. Aber wenn es nach uns geht, reden wir eben über Wochen und nicht mehr über Monate. Jede Generation hat ja andere Besonderheiten. Als ich zur Bundeswehr gab, gab es andere Sachen, die mir wichtig waren. Als sie zur Bundeswehr gegangen sind, waren es auch andere. Wenn die jungen Menschen, die heute in die Bundeswehr kommen, was zeichnet denn die aus? Was haben die für Bedürfnisse und wie verhält sich da die Bundeswehr? Also auf der einen Seite ist es so, dass junge Menschen heute nicht nur nach fachlicher Qualifizierung oder guter Bezahlung und auch nicht nach einem sicheren Arbeitsplatz gucken. Das spielt weiterhin eine Rolle, ist aber nicht unbedingt mehr das Ausschlaggebende, beziehungsweise da gibt es eben sehr viele, die gute Angebote machen. Junge Menschen heute wollen aber auch irgendwas Bedeutsames, was Sinnstiftendes mit ihrem Leben machen. Das ist etwas, was uns durchaus hilft, denn wir haben ja auch sinnstiftende Aufgaben anzubieten. Das müssen wir aber eben erklären und deutlich machen. Und auf der anderen Seite sind vielleicht junge Menschen heute auch anspruchsvoller und erwarten eben auch, dass das tatsächlich alles mit Leben gefüllt wird und sind ein bisschen weniger geduldig mit einem Arbeitgeber, wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht ganz optimal sind. Und ja, unsere größte Herausforderung ist in dem Zusammenhang tatsächlich so die ersten Wochen und Monate im Dienst gemeinsam zu überstehen, weil mancher dann doch ein bisschen abgeschreckt von dem Kulturschock ist, der ihn oder sie in deutschen Kasernen eben immer noch erwartet. Wenn ich Sie persönlich fragen darf, wie war es denn bei Ihnen, als Sie damals zur Bundeswehr gegangen sind? War es wegen der sicheren Umstände, wegen der Familie oder eben wegen dieser Sinnstiftung? Ja, ich bin tatsächlich, ich muss mich outen, Soldatenkind, ich komme also aus einer Soldatenfamilie. Wir sind damals auch alle zwei herumgezogen, wie das damals so war, mit so einer Karawane durchs Land gezogen, meinem Vater folgend. Es war aber für mich tatsächlich genau das, was ich bei ihm wahrgenommen habe. Auch er war, es war noch vor der Zeit der Auslandseinsätze, also er war mehr auf dem Truppenübungsplatz oder auf Übungen auch im internationalen Bereich. Aber ich habe halt immer wahrgenommen, wie wichtig ihm das ist, wie wichtig ihm dann auch das Ergebnis war, seines Teams. Ich habe ganz viel Kameradschaft wahrgenommen und zwar egal, wo wir gewohnt haben und egal, wie lange man die Leute kannte. Das war so eine eng eingeschworene Community. Und ich war tatsächlich auch der Überzeugung und bin es natürlich heute noch viel mehr als damals, dass es eben auch Menschen geben muss, die bereit sind, ihr Schaffen in diesen Dienst zu stellen und zu sagen, sie wollen einen Beitrag leisten, damit wir in unserem Land so leben können, wie wir das tun. Kontrovers diskutiert wird ja gesellschaftlich auch, ob man, sage ich mal, mehr Menschen die Möglichkeit bietet, in die Bundeswehr zu kommen. Zum Beispiel Menschen, die eben nicht den deutschen Pass besitzen. Was ist denn da die Position des Personalamts dazu? Wir sind naturgemäß jetzt nicht diejenigen, die diese Debatte betreiben oder vorantreiben und auch nicht, wir beziehen auch keine Position im Sinne von, können wir uns gar nicht vorstellen oder wollen wir unbedingt. Das muss an anderer Stelle stattfinden und da muss natürlich die Bundeswehr an und für sich, die Streitkräfte, aber auch die Gesellschaft erst mal definieren, was ist uns denn wichtig. Reden wir über Menschen, die in Deutschland bereits leben, die auch letztendlich unsere gesellschaftlichen Werte mittragen und auch erlebt haben. Denn wir haben ja immer noch das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, das ja auch eine gewisse Bindung an unser Gemeinwesen bedeutet. Wir reden auch über Sprachkenntnisse. Also das ist eine Debatte, die muss an anderer Stelle geführt werden. Ich sage jetzt mal für uns im operativen Geschäft, wenn es darum geht, Menschen auszuwählen, dann wählen wir nach den gleichen Kriterien aus, egal ob es Menschen mit nicht deutschem Pass wären oder eben Menschen, die aus Deutschland stammen. Da gelten die gleichen Kriterien und die wenden wir auch an. Und wir haben auch in der Vergangenheit in ganz wenigen Einzelfällen auch schon Menschen eingestellt als Soldat, die keinen deutschen Pass haben. Zum Beispiel in die Militärmusik, wenn es um spezifische Instrumente geht, wo wir uns auf dem deutschen Arbeitsmarkt momentan schwer tun, ausgebildete Musiker zu finden. Okay. Ein weiteres Instrument wäre ja vielleicht eine Wiederaktivierung der Wehrpflicht. Würde Ihnen das helfen, Ihre Zahlen zu erfüllen? Die Frage ist im Endeffekt genauso, sagen wir mal, oder die Antwort auf die Frage ist genauso abstrakt wie auf die Frage nach Menschen ohne deutschen Pass. Auch das ist eine Debatte, die muss zunächst mal an anderer Stelle geführt werden. Denn so eine Wehrpflicht hat ja mehrere Aufgaben oder mehrere Funktionen. Auf der einen Seite geht es darum, sich irgendwie gesellschaftlich zu engagieren und mitzumachen und teilzuhaben. Zum anderen geht es um die Frage, wie hilft es uns jetzt bei der Rekrutierung? Und das Dritte ist aber, und das ist natürlich für uns in der Bundeswehr auch die entscheidende Frage, was hilft es uns denn tatsächlich bei der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes? Und an allen drei Baustellen muss gedacht werden. Am Ende kann man natürlich sagen, dass es uns unsere Aufgabe leichter macht, weil wir Menschen bekommen, die auch erst mal zu uns kommen müssen und gar nicht anders können. Aber für das, was ich vorhin beschrieben habe, also diese Fachkräftebedarfe, wo wir uns auch tatsächlich schwer tun, nutzt es uns eben nur mittelbar, weil auch das muss man natürlich freiwillig machen und gerne machen und muss sich dann für mehrere Jahre bei der Bundeswehr verpflichten. Das reicht dann nicht, wenn man nur für zwölf Monate oder kürzer oder länger als Grundwehrdienstleistender kommt. Den Großteil dieser 20.000 plus Neuenstellungen betreibt die Bundeswehr ja von Schulabgehenden. Ist die Bundeswehr dann nicht vielleicht ein bisschen zu kurzsichtig und greift nicht zu sehr, sage ich mal, auf Leute mit mehr Lebenserfahrung, mit Berufserfahrung zurück? Das ist tatsächlich auch eine spannende Diskussion innerhalb der Bundeswehr. Also es ist faktisch so, dass wir mehrere tausend Menschen jedes Jahr einstellen, in einem höheren Dienstgrad mit einer zivilberuflichen Ausbildung, die wir eben brauchen können in der Bundeswehr und einer gewissen Berufserfahrung. Das machen wir, aber man muss eben auch ehrlicherweise dazu sagen, dass das Berufsbild des Soldaten ja auch aus anderen Dingen besteht als einer reinen zivilberuflichen Qualifizierung. Und wenn man das nicht gemacht hat, weil man eben nicht von klein auf alle Hierarchiestufen nach oben sich gearbeitet hat, alle Lehrgänge gemacht hat, auch selber mal gemerkt hat, wie es sich anfühlt, im niedrigsten Dienstgrad unterwegs zu sein, dann ist die Akzeptanz als militärischer Vorgesetzter, der ja im Zweifelsfall oder die auch im Zweifelsfall Menschen im Gefecht führen soll, in extrem herausfordernden Situationen nicht unbedingt gegeben. Also das wird keine Lösung sein, um einen großen Stil Personal von der Seite in die Bundeswehr zu holen, obwohl auch ich ganz persönlich auch sehr dafür bin, dass wir uns mehr öffnen, weil manchmal dieser externe Blick oder auch die Erfahrung, die man in anderen Bereichen gemacht hat, uns sicherlich hilft, dass wir uns auch als Gesamtinstitution weiterentwickeln. Sie sind nicht nur Vizepräsidentin vom Personalamt der Bundeswehr, Sie sind auch die ranghöchste deutsche Soldatin. Wenn Sie mit Soldatinnen sprechen, was nehmen Sie da an Motivation, was stellen Sie da an Motivation fest? Und sehen Sie auch Gründe, warum wir immer noch zu wenig Frauen in der Bundeswehr haben? Ja, das ist eine spannende Frage, mit der wir uns natürlich jetzt tatsächlich auch schon eine Weile beschäftigen und ich mich auch ganz persönlich naturgemäß beschäftigen muss. Also eine andere Motivationslage gibt es eigentlich nicht. Eine Erfahrung, die wir machen mit Blick auf die Frauen, ist, dass sie zum Zeitpunkt der Berufswahlentscheidungen genauer wissen, was sie wollen. Und wir Schwierigkeiten haben, also wenn wir das nicht anbieten können, dann einen anderen Weg zu finden. Sie sind entschlossener, würde ich mal so sagen, und vielleicht auch festgelegter und manchmal auch tatsächlich ein bisschen reflektierter, als dass die jungen Männer in dem Alter sind, wenn es dann eben darum geht, wie geht es denn dann irgendwann mit mir weiter und wie verläuft mein weiterer Berufsweg und ist es dann nicht vielleicht schlauer, auch woanders einzusteigen, wo ich eine dauerhaftere Perspektive oder auch mehr Selbstbestimmtheit habe. Weil wir sind, auch das ist naturgemäß der Fall, Streitkräfte oder Soldaten können sich nicht aussuchen, wo sie Dienst leisten. Und man ist immer, ja, man muss darauf eingestellt sein, dass man irgendwo hingeschickt wird, was man eben auch nicht selber mit Planen mitbestimmen kann. Und damit tun sich manchmal Frauen ein bisschen schwerer. Was aber natürlich auch immer noch fehlt, und das ist dieses Problem der kleinen Zahl, sind dann die weiblichen Vorbilder. Also wir machen da schon viel und präsentieren auch Frauen, die ihren Weg gemacht haben, egal in welcher Laufbahn oder in welchem Bereich. Aber das ist auch erforderlich, um junge Frauen zu ermutigen, diesen Weg auch zu gehen. Und ganz konkret versuchen wir jetzt zum Beispiel auch in der Karriereberatung oder auch in der Personalauswahl, den Anteil von Frauen nochmal zu erhöhen, um auch quasi bei der ersten Gelegenheit schon sichtbar zu machen, wenn jemand auf den Arbeitgeberbundeswehr trifft. Da gibt es auch Frauen in Uniform und da gibt es vielleicht auch für mich als Frau spannende Aufgaben. Es ist Zeitenwende, Krieg in Europa. Ändern sich jetzt auch die Anforderungen an die Bewerber, an die zukünftigen Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr? Also was mir ganz wichtig ist zu betonen, wir haben in den vergangenen Jahren nicht, und wir werden das auch nicht, Anforderungen absenken. Also es geht nicht darum, den Einstieg oder das Qualifikationsniveau oder auch noch besser eigentlich nicht Qualifikation, sondern die Anforderungen an die Persönlichkeit eines Soldaten abzusenken. Die müssen weiterhin genau dieses Bild des Staatsbürgers in Uniform vertreten, die müssen reflektiert sein, überlegt sein, die müssen teamfähig sein. Das will auch überhaupt gar keiner ändern. Was wir aber manchmal machen müssen, ist eben in unserem sehr kleinteiligen Katalog von Anforderungen das ein oder andere überarbeiten und anpassen. Da sind wir gerade dabei, um mehr Menschen, die wollen und geeignet sind, den Zugang zur Bundeswehr zu ermöglichen. Und wenn wir jetzt im Rahmen der stärkeren Ausrichtung wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung zu dem Ergebnis kommen, dass wir sagen, wir brauchen auch mehr Soldatinnen und Soldat, die quasi ad hoc einsatzbereit sind und auch die körperlichen Voraussetzungen erfüllen, dann werden wir sicherlich auch intern im Rahmen von sportlichem Training und verbesserter Ausbildung etwas tun müssen. Und das ist dann auch etwas, was auf diejenigen dann mit einwirkt, die neu dazukommen. Aber das schreckt keinen ab. Also Menschen kommen zu uns, weil sie Sinn suchen. Wir suchen Leute, die Verantwortung übernehmen. Wen suchen sie denn nicht? Also wen wollen sie nicht haben in der Bundeswehr? Ja, wir haben, das ist ja der wesentliche Kern dessen, was wir tun im psychologischen Auswahlverfahren, dass wir eben schon gucken, dass es Menschen sein müssen, die diesen Anforderungen eben auch gerecht werden können. Wir tun ja auch keinem einen Gefallen, den wir komplett überfordern, wenn er eben nicht in der Lage ist, auch mit, ich sage mal, unklaren und unsicheren Situationen umzugehen. Also wir brauchen eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, eine gewisse Verhaltensstabilität. Wir brauchen bestimmte Motivationslagen, wir brauchen ein bestimmtes Intelligenzniveau. Es müssen eben Führungsfähigkeiten vorhanden sein, je nach Laufbahn. Teamfähigkeit muss vorhanden sein, Kooperationsvermögen muss vorhanden sein. Das sind so Kriterien, nach denen wir gucken. Und dann gibt es quasi Ergebnisse auf einer bestimmten Skala. Und dann ordnen wir halt zu, mit dem Profil kannst du halt zum Beispiel, das ist auch so ein viel bemühtes Klischee, aber ich sage mal, der Panzer-Grenadier-Feldwebel, der muss eben stärker führungsfähig sein, als dass der IT-Spezialist sein muss. Der muss aber dafür bei seinen intellektuellen mathematischen Fähigkeiten stärkere Ausprägungen haben. Und da gibt es halt manche, die sich was zutrauen, wo wir aber sagen, Mensch, da sehen wir dich nicht. Dafür haben wir für dich einen ganz anderen Vorschlag, könntest du dir das auch vorstellen. Und so findet dann so eine Auswahl- oder Einplanungsgespräch auch statt. Wir haben jetzt recht umfassend über den, sage ich mal, den soldatischen Teil in der Bundeswehr gesprochen. Aber wie gesagt, es sind ja 80.000 Zivilistinnen und Zivilisten. Was hat denn die Bundeswehr da für Möglichkeiten und wie sind da die Entwicklungen beim Personalkörper? Also grundsätzlich hat die Bundeswehr auch an der Stelle quasi alle Möglichkeiten. Also vom ganz normalen Ausbildungsberuf, den man als Lehrling bei uns lernen kann, ob das erst im handwerklichen Bereich ist oder eben auch Bürotätigkeiten oder Gesundheitsfachberufe, das kann man alles als Ausbildungsberuf bei uns auch als ganz normaler Tarifgeschäftigter, als Azubi lernen. Bieten wir aber auch Studiengänge an, natürlich technische Studiengänge, aber auch verwaltungswissenschaftliche Studiengänge und haben auch in den zivilen Laufbahnen quasi die komplette Bandbreite abgebildet. Der zivile Personalaufwuchs, deswegen reden wir momentan immer mehr über den militärischen, weil der zivile Personalaufwuchs läuft tatsächlich planmäßig aktuell. Da wachsen wir jedes Jahr momentan um eine gute Anzahl an und sind damit auch ganz zufrieden. Also so ungefähr 1000 Zivilbeschäftigte, obwohl ja gleichzeitig sehr viele eben auch hier in die Rente oder in die Pension gehen aufgrund der Altersstruktur. Und ja, da kommen wir aber, steuern wir genauso auf bewegte Zeiten zu, weil gerade in den technischen Bereichen natürlich auch der Arbeitskräftebedarf auf dem zivilen Arbeitsmarkt bei uns in Konkurrenz ist. Deswegen wird aber dort eben auch angeboten, dass man technische Studiengänge auch in der Laufbahnausbildung bei uns studieren kann an Fachhochschulen. Und das ist ein Weg, den machen wir seit ein paar Jahren und der klappt auch sehr gut. Wenn Sie weiter in die Zukunft schauen, fünf bis zehn Jahre, werden wir es denn schaffen, die 200.000, 3.000 Soldaten zu erreichen? Okay, Herr Hauptmann, Sie werden mich jetzt nicht festnageln, dass ich sage, bis dann und dann haben wir das geschafft. Aber wenn man drei Schritte zurückgeht und sich überlegt, wir sind ein Land, in dem über 80 Millionen Menschen leben, dann sollte es möglich sein, dass wir Streitkräfte mit 200.000, 3.000 Soldatinnen und Soldaten unterhalten und auch dieses Ziel erreichen. Wir haben jetzt ein paar Weichen neu gestellt. Ob das reichen wird, wird man sehen. Und auf der Zeitachse kann ich mich nicht festlegen, aber insgesamt bin ich schon zuversichtlich, dass uns das gelingen kann. Und versuche halt auch, meinen Beitrag jetzt dafür zu leisten, in der Rolle, in der ich stehe. Vielen Dank, Frau General, es wird ein wirklich interessanter Gespräch. Ja, sehr gerne, Herr Hauptmann. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ihnen und euch besten Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr euch selber für eine Karriere bei der Bundeswehr interessiert, schaut doch mal auf bundeswehrkarriere.de.